Hier fließen die Flüsse nicht mit Wasser, sondern mit flüssigem Methan. Der Himmel ist nicht blau, sondern orange und unter den Füßen ist das Eis härter als Stahl. Ja, ich spreche von Titan, dem Mond des Saturn. Er ist größer als Merkur, aber kälter als die Antarktis. Hier gibt es auch Meere, Regen und sogar einen unterirdischen Ozean. Und vielleicht wird die Menschheit genau hier ihre ersten Städte außerhalb der Erde errichten. Sind Sie bereit zu erfahren, warum Wissenschaftler Titan ernsthaft als neues Zuhause für Menschen in Betracht ziehen? Dann machen Sie es sich bequem. Wir fangen an. Aber warum brauchen wir überhaupt ein neues Zuhause? Aber zuerst lassen Sie uns klären, warum die Menschheit überhaupt eine Milliarde Kilometer zurücklegen sollte, um auf einem eisigen Brocken zu leben, wo selbst die Luft aus explosivem Gas besteht. Gibt es auf der Erde wirklich keine guten Urlaubsorte mehr? Stellen Sie sich zunächst vor, die Erde ist ihr altes, aber geliebtes Auto. Ja, es fährt noch, aber eines Tages könnte der Motor ausfallen. Ein Asteroid, ein Atomkrieg, ein Kerl auf einem chinesischen Markt, der sich entscheidet, ein exotisches Tier zu essen. Es gibt viele Möglichkeiten für einen vollständigen Ausfall. Wie Stephen Hawking sagte, sollte die Menschheit nicht alle Eier in einen Korb oder auf einem Planeten legen. Und er hatte recht. Die Zeiger der Weltuntergangsuhr werden ständig verstellt. Jedes Jahr nähern sie sich der Mitternacht. Warum sollten wir also ein Risiko eingehen? Wir versichern doch alle unsere Wohnungen, Autos und sogar Telefone. Warum nicht die gesamte Zivilisation versichern? Zweitens ist der Weltraum nicht nur ein Ersatzflugplatz. Er ist eine unendliche Quelle von Ressourcen, Technologien und Entdeckungen. Über den Saturnmond kann man einen solchen Witz machen und er wäre absolut gerechtfertigt. Wenn Ihnen auf der Erde das Benzin ausgeht, stehen Sie im Stau. Aber wenn Sie auf Titan sind, öffnen Sie einfach das Fenster und schöpfen. Witze beiseite, aber stellen Sie sich vor, Methan statt Öl, das Betanken von Raumschiffen direkt aus dem See. Die Stickstoffatmosphäre ist ideal für den Anbau von Pflanzen in Hydrokultur. Eis ist eine Quelle für Wasser und Sauerstoff. Die Kolonisierung anderer Planeten ist also keine Flucht von der Erde, sondern eine Erweiterung der Grenzen der Menschheit. Drittens lassen Sie uns der Wahrheit ins Auge sehen. Menschen sind einfach neugierig. Wir konnten nicht still sitzen, als wir neue Kontinente entdeckten. Wir bestiegen den Everest, weil er da war. Wir flogen zum Mond, weil, nun, weil er da ist. Wie der legendäre Wissenschaftler Carl Sagan sagte, irgendwo wartet etwas Unglaubliches darauf, entdeckt zu werden. Und Titan ist der ideale Kandidat. Wer würde es ablehnen, einen Sonnenuntergang über einem Methanmeer zu sehen oder mit einem Luftschiff über eisige Dünen zu fahren? Und vielleicht werden unsere Urenkel lachen, wenn sie daran denken, dass ihre Vorfahren Angst vor minus 180 Grad hatten. Kann man auf Titan spazieren gehen? Viele Jahre lang blieb Titan ein Rätsel für die Wissenschaftler. Bis im Jahr 2005 die Sonde Huygens eine historische Landung vollzog. Es war die erste Landung in der Geschichte im äußeren Sonnensystem. Und was hat sich herausgestellt? Titan erwies sich als erstaunlich ähnlich zur Erde, nur in einer kryogenen Variante. Hier gibt es Meere und Flüsse, es regnet und es schneit sogar. Aber anstelle von Wasser fließen Methan und Ethan über die Oberfläche. Aus der Sicht der Kolonisationsbedingungen ist Titan eine der gastfreundlichsten Welten außerhalb der Erde. Kein Wunder, dass Wissenschaftler ihn ernsthaft als idealen Ort für die erste außerirdische Kolonie der Menschheit in Betracht ziehen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens die Strahlung. Der Mond und der Mars, diese bescheidenen Nachbarn der Erde, gelten traditionell als die besten Kandidaten für die Umsiedlung. Nur wird die Strahlung dort sich schneller braten als ein Schaschlik auf Kohlen. Aber auf dem Titan? Bitte sehr. Seine Atmosphäre ist viel dichter als die jedes anderen Körpers mit fester Oberfläche im Sonnensystem, abgesehen von der Venus. Die Atmosphäre und das Magnetfeld sind äußerst effektiv, wenn es darum geht, die Oberfläche vor tödlicher Strahlung zu schützen. Während die Marskolonisten sich in unterirdischen Höhlen wie Weltraummaulwürfe verkriechen, kann man auf dem Titan ruhig an der Oberfläche spazieren gehen. Wenn ihnen natürlich Spaziergänge bei minus 180 Grad und in einem beheizten Raumanzug gefallen. Kann man tief durchatmen? Gehen wir weiter. Der Titan ist der wahre Rekordhalter des Sonnensystems in Bezug auf den Stickstoffgehalt in der Atmosphäre. Wenn hier eine Weltraum-Olympiade für die erdähnlichste Atmosphäre stattfinden würde, würde Titan Gold gewinnen mit einem Wert von 98% Stickstoff. Gegenüber unseren bescheidenen 78%. Das bedeutet, dass zukünftige Kolonisten nur noch die Luftzusammensetzung ein wenig anpassen müssen, Sauerstoff hinzufügen und vorzugsweise Gewürze wie Cyanid und Kohlenmonoxid entfernen, die jede Feier verderben können. Im Grunde hat Titan bereits 98% der Arbeit für uns erledigt, um eine atembare Atmosphäre zu schaffen. Es bleiben nur noch die letzten 2%, was im kosmischen Maßstab einfach eine lächerliche Kleinigkeit ist. Und wird man ein Glas Wasser finden können? Titan ist buchstäblich mit Wasser vollgestopft, allerdings hauptsächlich in Form von Eis, das hier härter als Granit ist. Bei Temperaturen, die doppelt so niedrig sind wie die extremsten Kältegrade auf der Erde, verhält sich Wasser an der Oberfläche bescheiden. Es bleibt im ewigen Frost. Aber die größte Überraschung ist tiefer verborgen. Wissenschaftler vermuten die Existenz eines ganzen unterirdischen Ozeans aus Salzwasser. Selbst wenn diese untereisige Bar geschlossen bleibt, kann Titan immer noch mit riesigen Vorräten an Wassereis prahlen. Seine äußere Hülle besteht fast vollständig aus dieser wertvollen Ressource, die glücklicherweise relativ leicht zu gewinnen ist. Und im Jahr 2010 erfreute uns die NASA sogar mit der Nachricht von möglichen Eisvulkanen. Obwohl ein Jahr später Kollegen Wissenschaftler diesen Enthusiasmus etwas abkühlten, indem sie die Entdeckung kritisierten. Kann man schwimmen? Auf Titan kann man auf sperrige Raumanzüge verzichten. Und das ist bereits ein großer Vorteil. Während die meisten Planeten und Monde des Sonnensystems Besucher entweder mit völliger Abwesenheit einer Atmosphäre oder mit so viel davon empfangen, dass man kaum atmen kann. Auf dem Mars zum Beispiel ist der Druck schwächer als in einem Laborvakuum. Titan bietet gemütlichere Bedingungen, allerdings mit einem kleinen Vorbehalt. Der Druck hier ist anderthalbmal höher als auf der Erde, etwa wie in fünf Metern Tiefe unter Wasser. Natürlich wäre der ideale Druck der auf der Erde, aber die aktuellen Bedingungen sind keine Katastrophe. Es ist, als würde man in einem leicht überfüllten Reifen leben, ungewohnt, aber möglich. Das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, dass die lokale Luft aus Stickstoff mit einer Beimischung von Methan besteht. Daher wird ein Atemgerät dennoch benötigt. Dafür kann man beim Gegendruck des Raumanzugs sparen. Hier wird er eher wie eine warme Jacke benötigt, als wie eine hermetische Kapsel. Wird es dort McDonalds oder KFC geben? Titan ist ein wahres Paradies für Weltraumagronomen. Seine Atmosphäre ist so stickstoffreich, dass es ausreichen würde, alle Gärten des Sonnensystems zu düngen. Ja, an sich ist der Mond nicht der gastfreundlichste Ort. Die Temperatur liegt bei minus 180. Nicht das beste Wetter für ein Picknick, aber für die Errichtung einer vollständig autonomen Kolonie ist er ideal geeignet. Besonders wenn man bedenkt, dass es bis zur Erde ganze 1,2 Milliarden Kilometer sind. Man kann nicht einfach zurücklaufen, um vergessene Samen zu holen. Die lokalen Naturgeschenke, Stickstoff, Methan und Ammoniak, ermöglichen den Anbau von Gemüse, ohne organische Abfälle wiederverwenden zu müssen, wie es der Held von der Marsianer tat. Obwohl, ehrlich gesagt, selbst auf Titan, eine frische Tomate von einer Hydrokultur-Farm, besser schmecken wird als Kartoffeln, die nach der Marstechnologie gedüngt wurden. Und kann man fliegen? Wenn Sie davon geträumt haben, zu fliegen wie ein Vogel, willkommen auf Titan. Hier ist es einfacher als irgendwo sonst im Sonnensystem. Dank der Schwerkraft, die nur 14% der irdischen beträgt, und der dichten Atmosphäre, sind Luftbewegungen hier die logischste Wahl. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Anlauf. Und schon schwebst du über Methanseen und bewunderst die orangefarbenen Sonnenuntergänge. Für einen solchen Flug sind nicht einmal komplizierte Geräte notwendig. Ein Anzug mit Flügeln, wie bei Icarus, reicht aus, nur ohne das traurige Ende. Natürlich ist ein langfristiger Aufenthalt unter den Bedingungen der niedrigen Gravitation könnte unserem Körper Überraschungen bereiten, aber für Flüge sind diese Bedingungen einfach ideal. Auf dem Titan ist Fliegen einfacher als gehen. Die dichte Atmosphäre wird sie zuverlässig in der Luft halten und die schwache Gravitation wird sie nicht zurück zur Oberfläche ziehen. Das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, dass die lokale Luft zum Atmen ungeeignet ist. Deshalb ist es besser, den Flügelanzug mit einer Sauerstoffmaske zu ergänzen. Wird es möglich sein, ein eigenes Haus zu bauen? Titan ist ein wahrer Baumarkt für zukünftige Kolonisten. Seine Methanmeere sind eine unerschöpfliche Quelle für Baumaterialien der Zukunft. Stellen Sie sich vor, anstatt Wälder abzuholzen oder Erz abzubauen, wie auf der Erde, können Sie einfach flüssige Kohlenwasserstoffe aus dem nächstgelegenen See schöpfen und sie in extrem haltbare Polymere verwandeln. Es ist wie Lego für Erwachsene, nur in kosmischen Maßstäben. Und das Beste daran, man kann bauen, direkt auf der Oberfläche, im Gegensatz zu unseren marsianischen Kollegen, die Bunker graben müssen, wie Maulwürfe, werden die Titansiedler die Aussicht auf orangefarbene Sonnenuntergänge aus den Fenstern ihrer Polymerhäuser genießen können. Denn ich erinnere, die dichte Atmosphäre und das Magnetfeld des Saturn wirken wie ein natürlicher Strahlenschutz-Schild. Obwohl, um ehrlich zu sein, die Aussicht aus dem Fenster wird trotzdem nicht besonders sein. Eine durchgehende Kohlenwasserstoffdunst und die Temperatur bei minus 180. Aber dafür kann man sein Haus aus lokalen Materialien drucken, anstatt Ziegel von der Erde zu transportieren. Mars gegen Titan Wenn wir über das Leben auf anderen Planeten sprechen, denken wir in erster Linie an den Mars. Und tatsächlich, wenn die Kolonisierung von Planeten ein Schönheitswettbewerb wäre, hätte der Mars längst alle Preise gewonnen. Seine rostigen Landschaften sind zwar und wüstenhaft, aber sie erinnern zumindest an irdische Wüsten. Titan hingegen empfängt Kolonisten mit einem orangefarbenen Methanschleier und Temperaturen, die einer gigantischen Weltraumgefriertruhe entsprechen. Aber das Aussehen täuscht. Wenn es um praktische Überlebensfragen geht, kann der Saturnmond dem Mars in vielen Aspekten den Rang ablaufen. Denn der rote Planet ist in erster Linie eine radioaktive Ödnis mit einer dünnen Atmosphäre, in der die Siedler in unterirdischen Bunkern leben müssen, während man auf Titan problemlos Häuser an der Oberfläche bauen kann. Auch die Transportfrage wird zugunsten von Titan gelöst. Auf dem Mars bedeutet Fortbewegung entweder staubige Fahrten mit Geländefahrzeugen durch die leblose Wüste oder teure Raketenstarts in der dünnen Atmosphäre. Auf Titan hingegen können wir dank der schwachen Schwerkraft und der dichten Atmosphäre mit einfachsten Fluggeräten schweben. Solche Kunststücke können sich die Mars-Kolonisten nicht einmal erträumen. Ihr Los sind schwere Raumanzüge und langsame Fahrten über die felsige Oberfläche. Die Ressourcenbasis ist ein weiterer Trumpf des Titans. Der Mars kann nur spärliche Vorräte an Wassereis und rostigem Boden bieten, den man erst irgendwie in brauchbare Baumaterialien umwandeln muss. Titan hingegen schwimmt buchstäblich den Kohlenwasserstoffen. Seine Meere enthalten mehr Energie als alle Erdölvorkommen der Erde zusammen. Auch die Luftsituation ist interessanter. Wenn die Atmosphäre auf dem Mars nur ein mageres Prozent des Erddrucks beträgt, ist sie auf dem Titan anderthalbmal dichter als unsere, was einzigartige Möglichkeiten zur Schaffung geschlossener Ökosysteme eröffnet. Das Hauptvorteil des Titans ist jedoch seine Selbstgenügsamkeit. Eine Mars-Kolonie wird immer an die Erde gebunden sein, abhängig von regelmäßigen Lieferungen. Titan hingegen dank seiner Kohlenwasserstoffe, Meeren- und der Stickstoffatmosphäre könnte zu einer wirklich autonomen Welt werden. Ja, es dauert siebenmal länger dorthin zu fliegen als zum Mars. Und das Klima dort ist nichts für Schwächlinge. Aber wenn die Menschheit wirklich nicht nur auf einem anderen Planeten landen, sondern ein neues Zuhause unter den Sternen schaffen will, dann ist Titan die Wahl der Mutigen, derjenigen, die bereit sind, den relativen Komfort des Mars gegen die grenzenlosen Möglichkeiten dieser seltsamen, aber großzügigen Welt eintauschen. Wann ist der nächste Flug nach Titan? Die ersten Expeditionen zum Saturnmond werden an polare Überwinterungen erinnern. Nur tausendmal extremer. Stellen Sie sich kompakte Kuppeln aus extrem haltbaren Polymeren vor, die direkt aus den lokalen Kohlenwasserstoffen gezüchtet werden, in denen Kolonisten in isolierten Raumanzügen die orangefarbenen Methandämmerungen studieren werden. Morgens die Überprüfung der Hydrokulturfarmen, wo unter künstlichem Licht gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen. Tagsüber das Sammeln von Eis- und Kohlenwasserstoffproben mit Hilfe von Luftschiffen, denn hier zu fliegen ist einfacher als zu gehen. Und abends obligatorisches Fitnessprogramm. Stalin sagt, Bedingungen der schwachen Gravitation atrophieren die Muskeln schneller, als man Methanregen sagen kann. Die nächsten Jahrzehnte werden entscheidend für das Titan-Programm sein. Bereits im Jahr 2037 wird die NASA die Mission Dragonfly starten, einen unbemannten Drohnenhelikopter, der die Kohlenwasserstoffdünen durchkämmen wird, um die besten Orte für zukünftige Basen zu finden. Bis zum Jahr 2050 könnten die ersten automatischen Fabriken zur Treibstoffproduktion aus lokalen Ressourcen folgen und bis zum Jahr 2080 eine bemannte Expedition, die den Grundstein für die erste Siedlung legen wird. Allerdings wird man dort anfangs wie in einer riesigen Thermoskanne leben müssen, mit einem geschlossenen Luftkreislauf und der ständigen Angst, dass ein eisiger Vulkan plötzlich erwachen könnte. Während Titan sich darauf vorbereitet, ein neues Zuhause für die Menschheit zu werden, erinnert sein Nachbar Enceladus bescheiden an seine Existenz. Dieser winzige Ein Eismond, der Salzwasser in den Weltraum spuckt, ist ein Außenseiter im Rennen um außerirdisches Leben. Wenn wir nach alternativer Biochemie auf Titan suchen, dann bietet Enceladus mehr, die übliche Version ist ein flüssiger Ozean, unter der Eiskruste, der durch die Gezeiten Kräfte des Saturn erhitzt wird. Stellen Sie sich vor, während einige Welten, zwei Ansätze zur ewigen Frage, sind wir allein im Universum, aber kehren wir zum Titan zurück. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte hier nicht nur eine wissenschaftliche Station entstehen, sondern eine vollwertige Kolonie mit Familien, Kindern und eigenen Traditionen. Eine Generation, für die der orangefarbene Himmel keine Fantasie, sondern der normale Blick aus dem Fenster ist. Ihre Häuser gedruckt aus lokalen Polymeren werden extrem niedrigen Temperaturen standhalten. Farmen, die mit künstlichem Licht beleuchtet werden, Sonnenlicht beleuchtet werden, werden auch in der ewigen Kälte Erträge bringen. Und ihre Kinder könnten die ersten Menschen mit einer besonderen titanischen Körperstruktur werden, die an die schwache Schwerkraft angepasst ist. Es wird eine seltsame, gefährliche, aber unglaublich vielversprechende Welt sein. Eine Art Arche der Menschheit an den Grenzen des inneren Sonnensystems. Und während die Marsianer Siedler sich nach den grünen Wäldern der Erde sehnen, werden die Titania ihre eigene einzigartige Kultur schaffen, die Kultur von Menschen, die den rauen, aber großzügigen Bedingungen des Saturn-Systems den Vorzug vor den milden Bedingungen des Mars gegeben haben. Denn wenn der Mars das Ferienhaus der Menschheit im Weltraum ist, dann ist Titan bereits ein echtes neues Zuhause. Also sollte die Menschheit sich auf den Weg machen, eineinhalb Milliarden Kilometer zurücklegen, um diese gefrorene, aber erstaunlich großzügige Welt zu kolonisieren? Die Antwort lautet eindeutig, ja, Titan ist nicht nur eine Sicherungskopie der Erde für den Fall einer globalen Katastrophe. Es ist ein Testgelände für die Erprobung zukünftiger Technologien, ein Labor zur Erforschung alternativer Lebensformen und möglicherweise ein neues Stadium der menschlichen Evolution. Ja, die ersten Kolonisten werden auf unglaubliche Schwierigkeiten stoßen. Ewige Kälte, giftige Atmosphäre, obwohl es davon auch auf der Erde genug gibt, psychologische Isolation. Aber sind nicht auch unsere Vorfahren, die neue Kontinente erschlossen, auf weniger Herausforderungen gestoßen? Diese orangefarbene Welt mit ihren Methanflüssen und eisigen Wüsten könnte der große Sprung sein, von dem Armstrong träumte, als er den Mond betrat. Hier unter der dichten Stickstoffdecke und dem Schutz der Saturn Magnetosphäre hat die Menschheit die Chance, eine wirklich autonome Zivilisation zu schaffen, unabhängig von den Launen der irdischen Politik und Wirtschaft. Wie Konstantin Tsiolkovsky einst sagte, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Titan könnte unser erster echter Schritt in ein erwachsenes Leben im Weltraum sein. Sollte man sich vor der Kälte und dem weiten Weg fürchten, wenn die Zukunft der gesamten Spezies auf dem Spiel steht? Es bleibt nur den ersten Schritt zu machen. Und wer weiß, vielleicht werden gerade ihre Enkel ihren Kindern Märchen über den fernen blauen Planeten erzählen, den